Hallo liebe Kinder, das ist mein Apfelbaum, der steht in meinem Garten und der spielt hier eine tragende Rolle. Der hängt nämlich voll mit Äpfeln und bevor die mir alle runterfallen und vergammeln, mache ich daraus Apfelsaft und wie ich den mache, das zeige ich euch jetzt. Schritt 1, alle Äpfel abpflücken, die Wanne ist voll. Schritt 2, alle Äpfel waschen und dann ein Match machen, seriös Gewinn, das kann ich gut, check. Als nächstes wurden die Äpfel von Schadstellen und vom Kerngehäuse befreit und kleingeschnitten. Und jetzt kommt der Moment, wo wir aus den Apfelstücken den Saft extrahieren, das kann man jetzt mit dem Dampfentsafter machen, den habe ich auch. Wir haben uns aber für den Zentrifugalentsafter entschieden, weil das schneller geht. Wie funktioniert der? Ich erkläre es euch. Beim Zentrifugenentsafter wird der Apfel durch eine Reibscheibe zerkleinert, anschließend wird der Saft durch Schleudern entzogen und durch einen Sieb von festen Bestandteilen getrennt. Die Pflanzenteile, die übrig bleiben, sehen dann so aus, das nennt sich Trester, den könnte man jetzt an Tiere verfüttern. Und da ich keine Tiere habe, kommt das bei mir auf den Kompost. Der extrahierte Saft, der in einem Extragefäß landet, der wird nochmal gefiltert durch eine Mullwindel und landet dann in diesem Eimer. Das haben wir dann mit allen Apfelstücken gemacht, bis die Wanne leer war und der Eimer voll. Der Apfelsaft ist jetzt quasi fertig. Oben ist noch ein bisschen Schaum drauf, der wird noch abgeschöpft und den könnte man jetzt schon trinken. Haben wir auch gemacht, frisch gepresster Apfelsaft, richtig lecker, aber weil man 10 Liter auf einmal nicht trinken kann, müssen wir die jetzt irgendwie konservieren. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Denn der Apfelsaft kommt jetzt in so ein Einbeckautomat, den könnte man vorher jetzt noch dreimal filtern. Wir mögen ihn naturtrüb, deswegen bleibt der Saft so. Dort wird er erhitzt auf 80 bis 90 Grad, quasi pasteurisiert, keimfrei gemacht. Wird dann heiß abgefüllt, fest und luftdicht verschlossen und ist dann sehr, sehr lange haltbar. Und da unsere Apfelsorte sehr sauer ist und somit auch der Saft ziemlich sauer ist, habe ich noch ein bisschen Zucker hinzugefügt. Das war mal mir 50 Gramm pro Liter, also 500 Gramm auf 10 Liter. Das ist nicht zu süß, aber auch nicht zu sauer. Das muss man ausprobieren, je nachdem, was man für eine Apfelsorte hat. Wer den sauer mag, der lässt den Zucker einfach weg. In der Zeit, wo der Apfelsaft erhitzt, haben wir die Flaschen sauber gemacht. Ich nehme dazu gerne Bügelflaschen. Das sind Bierflaschen mit Pop-Up-Deckel. Die wurden ordentlich geschrubbt und ausgespült und dann im Backofen sterilisiert. Das darf man nicht zu heiß machen. Ich mache das immer bei 90 Grad, weil der Deckel aus Kunststoff ist und nicht aus Keramik. Und bei über 100 Grad schmilzt der, also da muss man ein bisschen aufpassen. Deshalb 90 Grad und dann seid ihr auf der sicheren Seite. In der Zeit wurden die 80 Grad erreicht. Der Apfelsaft ist jetzt fertig und wurde in die sterigen Flaschen gefüllt. Fest verschlossen mit dem Bügelverschluss. Und der hält sich jetzt ungefähr ein Jahr kühl im Keller. Aber so lange hält er bei uns nicht, weil der ist richtig lecker. So machen wir Apfelsaft. Probiert es aus. Macht es nach. Macht es besser. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht das Herzrot das Plus weg. Und dann sehen wir uns nach der nächsten Maus. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.